Chefin, kannst du mir noch ein Wasser machen, bitte? Ich wollte gerade auslasten, wenn er noch mal verlängert. Auf 1 Euro verlängert sogar. Jungs, wollt ich auch was trinken? Nee, danke. Wollt ihr nichts trinken, oder? Trink mal irgendwas. Fanta noch? Ja, eine Fanta noch, bitte. Vogel, 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 Vogel. Vogel. Das haben wir vorbei schon, bitte. Ja, zwei Fuh. Ja, zwei Fuh. 100% Bruder, ich raste doch jetzt aus hier, ich raste doch jetzt aus hier. Halt die Beine breit. Ja, Vogel. Danke. Tausende Muskel drin. Ist okay. Oh, 3 Euro wieder. Wir trinken vielleicht nochmal oder dann ist okay. Das Mann. Nein, voll blieb. Ich sag richtig krankes Spiel, wenn du den nicht vollmacht. Fünf Action-Games noch. Fünf Action-Games. Guck mal, noch ein Fallbild. Guck mal, noch ein Fallbild an. Oh nein Digga, versetzt die doch nicht an Dauern Digga. Ja, du Fatzen. Sauber war der Digga. Der war richtig sauber. Guck mal. Nochmal. Ja, noch ein Fünfi. Noch ein Fünfi. Noch ein Fünfi. Komm, noch ein Fünfi. Ein Fünfi will ich noch. Ein Fünfi. Noch ein Fünfi. Oh, noch ein Fünfi. ich sag safe sieben Eimer ist drinnen gib 0 aber gib auch einmal 7 ich hab ein tödliches Olypsom ausgelassen ich würde mich rein hatten